So, während ich hier bei beginnendem Regen unter meinem Autodach stehe und auf den nächsten Termin warte, habe ich ein bisschen meine E-Mails geprüft und da war mal wieder eine E-Mail zur Praktikumsanfrage dabei, in der ein Satz wie, mit Tieren arbeiten war schon immer mein größter Traum vorkam. Diese Sätze lese und höre ich immer und immer wieder und die Werbung, Hundetrainer zu werden im Internet, nimmt immer mehr zu. Viele bezeichnen so einen Job, also Hundetrainer sein oder irgendetwas mit Hunden zu machen, als Traumjob. Aber viele vergessen auch, und das ist auch in der Werbung so, denn die erzählt auch nicht alles, dass da noch viel mehr dazu gehört. Dass es tatsächlich auch Probleme gibt und schwierige Dinge, die diesen Job ausmachen. Und genau dazu haben wir vor einiger Zeit mal ein Video gemacht. Ihr findet den Link zu dem Video in der Bio, im ersten Kommentar oder in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Vielen Dank!